gehabt. Einschließlich Uni? Meinetwegen. Jetzt mal im Ernst. Du hättest mehr Sex haben sollen. Da bemüht man sich ewig nicht als Sexobjekt gesehen zu werden, bis man es dann überhaupt nicht mehr gesehen wird. Aber ich sehe dich. Aber ich bin nicht wirklich in dich verliebt. Verstehe ich nicht. Na ja, lieben tue ich dich auf jeden Fall. Aber Verliebtsein ist echt was anderes. Nee, das ist überhaupt nichts anderes. Wenn du jemanden liebst, dann bist du auch in ihnen verliebt. Eben nicht. Wenn man jemanden liebt, dann ist das so allgemein und überhaupt. Und wenn man in jemanden verliebt ist, dann ist das Ganze in diesem Moment und so. Wenn du jemanden liebst, dann ist das Ganze zusammen. Und wenn du jemanden liebst, dann ist das Ganze in diesem Moment und so. Und dannst du mal an. Und wenn du jemanden liebst, dann ist das Ganze in diesem Moment und so. Untertitelung des ZDF, 2020